Fettere Vocals in deiner Produktion für Rap oder Gesang. Wer wünscht sich das nicht, dass die Stimme wirklich größer klingt, als das, was man eigentlich mit dem Mikrofon aufnimmt. Aber wenn du fettere Vocals bei der Suchanfrage im Internet eingibst, dann wirst du feststellen, dass es schon eine ganze Menge Videos dazu gibt. Warum also ein zusätzliches Video im Recording-Blog dazu? Erstens, mein letztes Video dazu ist schon relativ lange her. Und zweitens, weil ich's kann. Ganz einfach. Und weil ich's kann, zeige ich dir auch heute drei Methoden, mit denen ich meine Vocals größer klingen lasse in meinen Produktionen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und falls du zum ersten Mal hier sein solltest und genau wie ich deine Musik im eigenen Tonstudio komponierst, aufnimmst und abmischt, dann bist du hier goldrichtig. Denn dann findest du hier jede Menge Tipps und Infos, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Musik demnächst noch professioneller und besser klingt, so wie die großen Hits auch im Radio. Und falls du hier in Zukunft kein Video mehr verpassen möchtest, ist das die beste Gelegenheit, mich mit einem Klick auf den Abo-Knopf zu unterstützen. Vergiss dann neben dich bei der Hinweis-Glocke noch auf alle zu klicken und dann kriegst du auch immer einen Hinweis, wann hier ein neues Video erscheint. Fette Vocals! Was für ein großer Begriff, der über diesem Video steht. Und tatsächlich ist dazu schon jede Menge im Netz erzählt und auch geschrieben worden. Warum also ein neues Video dazu zu machen? Ich habe neulich wieder mal dran gesessen und ein paar Vocals nach vorne getrieben und habe gedacht, habe ich schon lange nicht mehr gezeigt, könnte ich mal wieder machen. Also hier ist das Video, mit dem ich dir drei Versionen zeige, mit denen ich meine Vocals größer klingen lasse. Und das Prinzip ist eigentlich bei allen gleich. Wenn man die Vocals aufnimmt, dann sind sie ja erstmal Mono in der Mitte. So hat man sie aufgenommen, so mischt man sie in den Mix rein. Aber dann stehen sie halt auch Mono in der Mitte. Wenn man also dafür sorgen möchte, dass sie größer klingen, dann muss man sie irgendwie aus der Mitte rauskriegen und an den Seiten andicken. Nicht nur an den Seiten, man kann auch an anderer Stelle andicken. Das schauen wir uns gleich im dritten Tipp an. Aber vor allem an den Seiten andicken, um das Ding größer zu machen. Um die Vocals größer klingen zu lassen, sei es Rap oder auch Gesang. Und wie das genau geht, das schauen wir uns jetzt gleich mal direkt in der Session an. Schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Wir gehen jetzt rüber in die Session und ich bin schon sehr gespannt, ob du den einen oder anderen Trick vielleicht schon kennst und vielleicht auch schon mal ausprobiert hast. Falls ja, schreib mal unten rein, welche Erfahrungen du da mitgemacht hast. Aber jetzt gehen wir mal rüber. Also los geht's. Da sind wir schon in der Session und wie du siehst, habe ich natürlich auch wieder einen Song vorbereitet. Falls du mir im Newsletter folgen solltest, unter recordingblog.com kannst du dich zum Newsletter anmelden. Falls du mir also im Newsletter folgen solltest, wirst du wissen, dass ich diesen Monat eine persönliche Challenge, eine Herausforderung habe, nämlich einen Song zu schreiben, aufzunehmen, abzumischen und zu veröffentlichen. Wir sind im Januar 21. Ein paar Tage habe ich noch, wenn du dieses Video später sehen solltest. Kannst du ja mal schauen, ob ich es geschafft habe. Nur so viel, ich bin noch am Schreiben, aber ich denke, mit der Basis, die wir hier haben, kann ich den Vocals größer als das Leben erscheinen Trick auf jeden Fall wunderbar schon mal zeigen. Wir hören einfach mal rein, wie der Stand der Dinge ist. Im Moment stehe ich hier. Der letzte Song, das ist natürlich nicht der letzte Song, den ich schreibe, aber im Moment heißt dieser Song halt so. Die Basis von diesen Tricks, die ich dir jetzt gleich zeige, also dafür zu sorgen, dass die Hauptstimme in der Mitte steht und trotzdem größer klingt als das Mono in der Mitte, ist immer die gleiche. Denn man muss links und rechts im Stereo-Panorama etwas addieren, was den Klangeindruck einfach größer wirken lässt. Und die optimale Basis dafür sind natürlich echte Doppelungen. Das heißt, die Hauptstimme würde jetzt hier von mir nochmal genau so zweimal, mindestens zweimal nochmal so eingesungen und dann links und rechts im Panorama nochmal hinzugeschoben. Oft genug hat man aber keine zusätzlichen Stimmen, muss also mit dem leben, was man hat. Und dafür sind ja die Tricks heute da, die ich dir zeige, dafür zu sorgen, dass man eine Stimme, die man nur einmal vorliegen hat, dann entsprechend größer klingen zu lassen. Trotzdem ist die Basis die gleiche wie bei den Doppelungen. Man muss also zur Hauptstimme etwas hinzuschieben, was sich von der Hauptstimme akustisch unterscheidet. Da gibt es verschiedene Methoden und man kann sich da eigentlich auch kreativ komplett austoben. Deswegen zeige ich dir heute auch mal meine drei Favoriten für die Geschichte. Und die einfachste Variante, die vor allem wunderbar auch bei Rap funktioniert, wenn man die Stimme etwas größer machen möchte, ist, dass man erstmal die Spur, die man hier hat, einfach mal ergänzt um eine weitere gleichklingende Spur. Ich mache mal eine Spur hier, erzeuge mal in Logic eine Spur. Und die benennen wir mal eben kurz um. Klare Benennungen sind immer gut, dann weiß man später im Mix noch, was mit dieser Spur gemeint war. Vox, Doppel, Breiter, nennen wir die mal. So, und das sagt im Prinzip schon, was bei dieser Spur gleich stattfinden soll. Wir kopieren mal bei gehaltener Alt-Taste hier das Audio-Event runter und haben jetzt im Prinzip eine weitere Spur mit dem gleichen Inhalt wie unsere Hauptstimme. Es würde also zusammen abgespielt nur lauter werden, weil es sich ja nun mal akustisch nicht voneinander unterscheidet. Diese Unterscheidung im einfachsten Fall kann man mit dem Plug-in dem Wider herzeugen. Der Wider ist ein Plug-in, kostenlos erhältlich. Link unten in der Videobeschreibung hast du bestimmt auf diesem Kanal auch schon mal gesehen. Eins meiner Lieblings-Plug-ins. Mit dem kann man dafür sorgen, dass mono erklingendes Material oder mono erklingende Stimmen in diesem Fall, dass die aus der Monomitte rausspringen und auf die Seiten verfrachtet werden. Und am besten kann man das natürlich beurteilen, wenn man es im Einsatz hört. Also laden wir mal den Wider hier rein. Hier steht es auch schon, mono in Stereo soll das Plug-in machen. Und das ist von Infected Mushrooms. Ich weiß gar nicht, ist es von Infected Mushrooms? Da wird es bei mir in der Plug-in-Liste auf jeden Fall angezeigt. Oder heißt der Hersteller Polyverse? Falls du es weißt, kannst du es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Jetzt nur so viel. Der Wider ist ein fantastisches Plug-in. Und ich drehe ihn einfach mal beim Solo-Abspielen unserer neuen Spur rein. Mal gucken, was passiert. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es das Bild und zwar für nichts, was zum Erinnern bleibt und es auch nie... Und das Coole ist, dass dieser Effekt auch monokompatibel ist. Der bleibt also jetzt natürlich nicht in der Breite erhalten, aber wenn du die Spur dann oder den Song dann auf Mono abhörst, ist die Stimme nicht einfach weg, weil sie sich auslöscht, sondern sie bleibt auch so stehen, wie auch immer die das machen. Aber der Wider sorgt halt auch dafür, dass wir jetzt eine weitere Spur haben. Auf der Material ist, was sich zumindest akustisch schon mal ein bisschen von unserer Hauptspur unterscheidet. Und die können wir jetzt nach Gusto dazuschieben. Das machen wir doch einfach mal. Und zwar mache ich das Solo dafür aus und wir hören einfach mal, wenn ich das ein Stück dazuschiebe, was tatsächlich passiert. Achte mal drauf. Hoffentlich hast du Kopfhörer auf oder eine gute Abhörer, weil am Handy wirst du das nicht hören. Also, los geht's. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt. Und es auch niemals war. Das ist der letzte... Okay, es wird auch ein bisschen lauter. Klar, wir haben ja auch hier nur leicht verändertes Material. Falls das also zu laut werden sollte, die Hauptstimme. Dadurch musst du sie ein kleines bisschen leiser regeln. Aber das Prinzip wird schon klar. Man kann diese Stimme natürlich jetzt noch weiter bearbeiten. Man hat sie jetzt breiter gemacht und hinzugemischt. Kann jetzt noch Hall drauf, Delay, da in der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt. Aber mit ganz einfachen Mitteln, mit einer direkten Doppelung, also mit einem Duplikat quasi unserer Hauptspur und dem Y da drauf, ein bisschen homöopathische Dosen dazu gemischt, hat man schon einen deutlich breiteren Klangeindruck von der Hauptstimme. Trick Nummer eins, check. Trick Nummer zwei ist eine Legende, möchte ich behaupten. Der Vocal Thickening Trick, der Stimme dicker macht Trick von Warren Hewart vom Produce Like a Pro. Ein berühmter Kanal hier im YouTube-Universum. Und falls du des Englischen mächtig bist, lohnt es sich immer mal bei Warren reinzuschauen. Ich habe diesen Trick vor vielen Jahren hier schon mal gezeigt auf dem Kanal und vor vielen, vielen Jahren von Warren gelernt. Und ich zeige es heute einfach nochmal, weil es sind ja so viele Leute in die Recording-Blog-Familie dazugekommen, dass es sich einfach mal wieder lohnt, diesen Trick zu zeigen. Also, was brauchen wir dafür? Natürlich wieder Audiomaterial, was sich von unserer Hauptstimme unterscheidet. Die Basis bei diesem Vocal Thickening Trick, bei diesem Stimme dicker machen Trick, ich finde die deutsche Übersetzung so super, aber bei diesem Trick ist natürlich auch, dass wir unsere Hauptstimme nehmen und erstmal vervielfältigen und dann klanglich verändern, also in unterschiedlich Gestalten im Vergleich zu unserer Hauptstimme, die dann in der Mitte stehen bleibt. Also, viel geredet, viele Wörter, ich hoffe es geht nicht zu schnell für dich. Wir machen einfach mal sechs Spuren, würde ich sagen. Wir starten mal mit sechs Spuren, du kannst es auch mit acht oder zwölf Spuren machen. Deiner Kreativität sind auch an der Stelle keine Grenzen gesetzt, kannst dich austoben wie verrückt. Ich mache aber mal der Einfachheit halber, damit es ein bisschen schneller geht bei diesem Video, hier auf sechs Spuren begrenzt. So, wir machen also mal sechs Spuren hinzu. Die müssen wir jetzt als erstes mal benennen und ich benenne die einfach mal zielgerichtet. Also, die erste Stimme heißt dann, die erste Spur heißt Vox, wie nennen wir die, Vox Doppel 1 links. Und diese Nomenklatur zeigt im Prinzip schon, was ich vorhabe, denn das machen wir jetzt einfach mal mit den anderen Spuren auch. Die nächste Spur heißt dann Doppel 1 rechts, die nächste Spur heißt Doppel 2 links. Ups, durcheinander gekommen, nochmal, Doppel 2 links. Dann heißt die nächste Spur Vox Doppel 2 rechts und dann heißt die nächste Spur richtig erraten, die heißt dann Doppel 3 links und natürlich Doppel 3 rechts. So, also benannt haben wir sie schon mal nach ihrem Ziel und dementsprechend können wir natürlich jetzt direkt die Panoramas auch schon mal anpassen, ganz einfach. Also fangen wir bei Doppel 1 links an, hier unten einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links und einmal rechts. Und jetzt fehlt noch Inhalt auf den Spuren, wir haben ja noch nichts drauf, also müssen wir natürlich auch noch den Audioinhalt rüber kopieren. Auch das wieder mit gehaltener Alt-Taste ganz einfach, einfach runterziehen, darauf achten, dass du nicht verrutschst, damit die sich gegeneinander verschieben. Und ja, siehst du, das ist schon passiert. Und dann noch einmal und zack, haben wir jetzt im Prinzip 6 Kopien, von denen 3 auf der linken Seite sind und 3 auf der rechten Seite. Würden wir das jetzt abspielen, wäre es relativ laut, denn wir haben ja einfach nur Kopien gemacht von diesen Stimmen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir fangen mal direkt mit der Verfremdung an, damit der Stimme dicker Kling-Trick, damit der dann auch passend zum Einsatz kommt. Den ersten Trick mache ich hier mal kurz aus bei den Spuren, den mute ich jetzt mal, damit der uns gleich nicht in Versuchung führt, den auch noch hinzuzudrehen. Und jetzt geht es um die Verfremdung. Die Basis dieses Vocal Thickening Tricks ist im Prinzip, dass man die Stimmen, die man jetzt kopiert hat, auf zweierlei Arten verändert. Auf der einen Seite sollen sie zeitlich verzögert werden oder zeitlich verändert werden gegenüber der Hauptstimme. Das heißt, wir nehmen drei Spuren, die wir jeweils links haben und verzögern sie zeitlich unterschiedlich zu denen, die auf der rechten Seite landen. Das ist so ein bisschen eine Abwandlung vom Haas-Effekt, ein psychoakustischer Effekt, den ich schon mal in diesem Video hier oben beschrieben habe. Falls du dich dafür interessierst, kannst du ja mal da reinschauen. Da werden dann auch die akustischen Grundlagen dafür erklärt, warum das eigentlich so ist. Und wie gesagt, der Haas-Effekt ist im Prinzip die zeitliche Komponente, die wir hier haben. Dazu müssen wir die Spuren unterschiedlich gegeneinander verzögern. Und du solltest bei dieser Verzögerung im Bereich von Minus bzw. Plus maximal 25 Millisekunden bleiben. Weil in dem Feld ist es noch so, dass die Hauptstimme und die leicht verzögerte Stimme von unserem Ohr noch zusammen interpretiert werden. Das wird doch als eine Stimme interpretiert. Solltest du über 30 Millisekunden hinausgehen, vorwärts oder rückwärts verzögern, also vorziehen oder nach hinten verschieben, über 30 Millisekunden hinaus schafft es unser Ohr, das leider so weit zu trennen, dass es eher ein Delay, ein Echo, ein kurzes, sehr kurzes Echo, so ein Slapback oder so interpretieren würde und die beiden Stimmen nicht mehr als eine versteht. Also unter 30 Millisekunden bleiben und dann können wir die Spuren entsprechend nach vorne und nach hinten schieben. Das geht bei Logic, wird in deiner DRW sicherlich auch an irgendeiner Stelle gehen. Und falls du weißt, wie es bei dir bei Cubase, Reaper, Pro Tools und so weiter geht, dann schreib es auch gerne unten in die Kommentare, damit die anderen Kollegen nicht suchen müssen, falls sie nicht wissen, wo sie es machen sollen. In diesem Fall ist es jetzt so, dass man hier, wenn man im Inspektor diesen Mehr-Button klickt, falls du es auch noch nicht finden solltest in Logic, musst du hier im Inspektor auf der linken Seite den Mehr-Button klicken und da kommt dann dieses Delay. Hier wird in Ticks gerechnet, aber das Gute ist, dass man, wenn man hier draufklickt, dann auch hier die Millisekunden angezeigt wird. Minus-Zeiten sind vorgezogene Spuren und Plus-Zeiten, also positives Delay, ist dann quasi nach hinten verschoben. Und so kann man jetzt dafür sorgen, dass man die unterschiedlich gegeneinander verzögert. Ich mache das einfach mal hier wild durch die Gegend, also die erste Spur wird um 10 Millisekunden nach vorne verschoben. Die zweite Spur lassen wir mal 20 Millisekunden nach hinten fallen, dann die nächste ziehen wir 20 Millisekunden nach vorne, dann die nächste lassen wir 10 Millisekunden nach hinten fallen. Du siehst schon, das mache ich relativ wild, nur die müssen sich unterscheiden. Dann die nächste 10 Millisekunden, dann machen wir hier 20 Millisekunden nach hinten und 10 Millisekunden nach vorne. Dann sollten die zumindest an der Stelle schon mal einigermaßen getrennt sein. Wenn wir das jetzt abspielen, dann sollte es zumindest schon mal akustisch so weit getrennt sein, dass die Spuren nicht mehr mono in der Mitte stattfinden, sondern schon mal nach außen geplatzt sind. Und das hören wir uns jetzt am besten mal an, indem wir die alle mal auf Solo schalten und gucken mal, was passiert ist. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist so ein bisschen phasig, aber auf jeden Fall schon mal nicht mehr mono in der Mitte. Mit anderen Worten, die unterscheiden sich jetzt von der Hauptstimme auch schon mal in diesem Fall. Jetzt müssen wir sie aber noch ein kleines bisschen verstimmen. Und das ist die zweite Komponente von diesem Trick. Also einmal die zeitliche Komponente, sie von der Hauptstimme zeitlich zu trennen und auf der anderen Seite dann ein bisschen zu verstimmen. Das aber nicht im Halbtonbereich, sondern eher im Cent-Bereich. Ein Halbton besteht aus 100 Cent. Das heißt, wenn wir uns im Bereich von wenigen Cent bewegen, dann sind sie zwar akustisch von der Hauptstimme getrennt, aber eben noch nicht so weit davon entfernt, dass es komplett krumm und schief klingt, was bei Halbtönen dann natürlich der Fall wäre. Ich gehe hier gerne vorsichtig vor, auch entsprechend der Vorgabe, die Warren damals in seinem Trick gezeigt hat. Wir fangen hier einfach mal an bei 6 Millisekunden, die wir die eine Stimme nach unten stimmen und die andere Stimme 6 Millisekunden nach oben. Und das machen wir dann mit 6 Millisekunden, mit 9 und mit 12 Millisekunden. Das kann man auch hier im Inspektor einstellen bei Logic praktischerweise, direkt für die komplette Spur. Und du musst aufpassen, dass du hier nicht auf Transposition kommst. Das sind die Halbtöne, sondern darunter die Feinabstimmung. Machen wir also mal die erste Spur um 6 Millisekunden nach unten. 6 Millisekunden, 6 Cent ist die richtige Sache. Du hast es schon gemerkt, ich habe mich versprochen. 6 Cent nach unten. Die nächste Spur kann ich dann um 6 Cent nach oben verstimmen. Die nächste Spur, ich gehe hier einfach mit dem Cursor runter, deswegen brauche ich den Zoom hier nicht verstellen. Die nächste machen wir dann um 9 Millisekunden, oder 9 Cent nach unten. Die nächste Spur um 9 Cent nach oben. Und die nächste Spur dann nochmal um 12 Cent nach unten. Und die nächste Spur, das ist dann unsere letzte, um 12 Cent nach oben. Damit haben wir jetzt also jeweils ein Doppel um 6 Cent, um 9 Cent und um 12 Cent verstimmt. Und wenn wir das Ganze jetzt zusammen abspielen, dann klingt es wie folgt. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe. Solo abgehört jetzt nicht mega cool, aber wir hören Musik ja nicht solo auf den Spuren ab, sondern nur im Kontext. Und dementsprechend mischen wir das jetzt einfach mal hinzu zu unserer Hauptstimme. Und damit das noch einfacher wird und man vielleicht noch ein paar weitere Optionen zum Nachbearbeiten hat, markiere ich jetzt einfach mal alle Spuren, die ich hier habe, indem ich einfach die unterste anklicke, die Shift-Taste, also die Hochstelltaste halte und die nächste Spur wähle. Und dann habe ich hier alle 6 Spuren ausgewählt. Und kann jetzt aus denen mit einem Rechtsklick darauf einen Spurstapel machen. Es wird auch da, wenn deine DAW nicht Logic ist, sicherlich auch eine Funktion geben, mit der man einen Spurstapel erzeugen kann. Und mit dem fasst man im Prinzip diesen Stapel, diese 6 Spuren jetzt zusammen. Und dann habe ich die Möglichkeit noch in Logic, hier im Moment, jetzt muss ich den Spurstapel noch auswählen. Jetzt bin ich ein kleines bisschen hier in eine andere Einstellung. So, also nochmal, 6 Spuren auswählen, dann Spurstapel erzeugen. So, jetzt kommen wir in den Dialog, der dann aufgeht, wo man dann den Summenstapel oder einen Ordnerstapel erzeugen kann. Ich mag den Summenstapel, weil dann nämlich gleichzeitig auch für diese 6 Spuren ein Bus erzeugt wird. Und das machen wir mal. Und zack, werden jetzt alle Spuren in diesem Bus, in dieser Summe 20 zusammengefasst. Den nennen wir jetzt mal VOX, Doppel, Haupt, weil der fasst alle 6 Stimmen zusammen. Und auf dem könnte man jetzt die ganzen Spuren sogar noch weiter bearbeiten. Den können wir jetzt der Einfachheit halber einfach mal hinzumischen. Wir haben ja jetzt alle 6 Spuren auf diesem Bus zusammengefasst und schieben die jetzt mal zu unserer Hauptstimme dazu. Mache ich jetzt einmal Solo und dann schalten wir aber direkt auch auf das komplette Playback. Damit du aber direkt hören kannst, was hier tatsächlich passiert. Und auch hier wieder Kopfhörer oder Abhörer. Am Handy hörst du es nicht. Also, los geht's. Das ist der letzte Song, den ich dir schreib, bevor es das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt und es auch niemals war. Du hörst es schon. Die Stimme ist sehr dynamisch. Man müsste jetzt hier im Idealfall direkt noch mit einem Kompressor eingreifen. Kann ich mal eben kurz machen. Machen wir mal einen Standard-Kompressor drauf, der hier so 6 bis 10 dB eingrenzt. Das ist ja schnell eingestellt. Ratio eben auf 4 zu 1. Lass dich nicht irritieren, warum ich das so schnell einstelle. Wenn du dir die Einstellung hier merken möchtest, dann kannst du kurz anhalten das Video und dir das kurz notieren. Ich packe hier gar nichts an, außer der Ratio. Die stelle ich auf 4 zu 1 und drehe am Threshold hier. An dem Schwellenwert drehe ich so lange, bis ich hier ungefähr eine Kompression von ungefähr 6 bis 10 dB sehe bei den lautesten Stellen. Nochmal eben schnell eingestellt. Das Autogain hier noch ausmachen, damit es nur leiser gemacht wird. Und schon haben wir die Peaks um 6 bis 10 dB eingefangen. Das nur, kleiner Tipp am Rande, also mit einem Kompressor nochmal einfangen. Und dann piekt diese Stimme, piekt diese Ergänzung von dem Breitermachen auch nicht so raus, falls deine Stimme sehr dynamisch sein sollte. Du kannst sogar zwei Kompressoren drauf machen. Und auch da, danach in der Nachbearbeitung sind hier alle Möglichkeiten noch offen. Du kannst noch einen Halt drauf machen, Delay noch drauf machen, alles noch machen. Alles, was dafür sorgt, dass sich diese ergänzten Stimmen jetzt unterscheiden akustisch von der Hauptstimme. So, jetzt hören wir uns das Ganze mal im Kontext an. Und da schiebe ich es auch nochmal dazu. Also gucken wir mal, was passiert. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe. Vertreib es mal. Stark zu hören, ne? Jetzt an die Hörgrenze. Der beste Effekt ist wie immer der, den man erst hört, wenn man ihn ausmacht. Machen wir mal aus. Wunderbar. Der Stimme-Dicker-Machen-Trick von Warren Heuer. Die Legende aus dem Netz. Aber das werden sicherlich viele Mixer vorher auch schon auf ihrem Weg gemacht haben. Das war Trick Nummer zwei. Hat ein bisschen länger gedauert, aber du siehst, sehr effektiv. Trick Nummer drei funktioniert auf ähnlicher Basis. Achso, falls du wissen möchtest, wie man das auf Ableton macht. Habe ich gerade vergessen zu zeigen. Ich habe es jetzt nur in Logic gezeigt. Die Prinzipien sind ja überall relativ gleich. Ableton funktioniert ja ein kleines bisschen anders von der Struktur her von anderen DAWs. Falls du wissen möchtest, wie das geht, dann folgt doch mal dem Video, was ich hier oben einblende, von den Kollegen von Delamar. Denn die haben den gleichen Trick auch gezeigt. Aber in Ableton vielleicht für dich dann leichter nachzuvollziehen auf jeden Fall. So viel nur an dieser Stelle und eine kleine Werbung für unsere Kollegen bei Delamar. Applaus für die Arbeit, die die da machen. So, kommen wir zu Nummer drei. Und Nummer drei ist im Prinzip auch die Ergänzung von einer etwas anders klingenden Stimme, so muss man es wohl sagen. Aber dieses Mal nicht breit dazugeschoben, sondern eher unten dazugeschoben. Denn ich habe es auch gerne, dass ich die Stimme nach unten hin abrunde. Und die ideale Variante wäre natürlich, dass man die Stimme einfach mal eine oder sogar zwei Oktaven tiefer einsingt und dann subtil hinzumischt. Aber wer kann schon so tief singen, beziehungsweise wer kann überhaupt singen? Also ich kann es leidlich, aber es passt schon, ich bin damit zufrieden. Aber in diesem Fall ist es jetzt so, dass ich eine Stimme hinzufügen möchte, die einfach tiefer erklingt. Die kann man ja dann einfach runterstimmen und dann hinzumischen. Aber da sollte man noch einen Trick beachten und den zeige ich dir, falls du jetzt also schon gedacht hast, den Trick kenne ich. Bleib mal dran, es lohnt sich auf jeden Fall noch dran zu bleiben. Also wir erstellen wieder eine zusätzliche Stimme, also eine zusätzliche Spur, so ist es richtig. Und die benennen wir jetzt auch mal genauso, wie wir es gelernt haben. Vox, Doppel, Tief, nennen wir ihn mal so. Könnte man auch tiefe Oktaven nennen, aber nicht zu lang werden an der Stelle. Und kopieren wieder bei gehaltener Alt-Taste unseren Audio-Content hier runter. Und damit haben wir jetzt im Prinzip wieder nur das gedoppelte Vorliegen. Jetzt kann man das Ganze aber zwölf Halbtöne runterschieben, nicht zwölf Ganztöne bitte. Zwölf Halbtöne runterschieben und das geht hier in diesem Fall beim Inspektor dann mit Transposition. Kannst du auch mit einem Plug-in machen, da gibt es sicherlich auch kostenlose Plug-ins für. Aber ich nehme gerne hier Transposition und mache dann einfach minus zwölf. Das heißt, das Ganze geht um zwölf Halbtöne runter und klingt jetzt, gelinde gesagt, gruselig. Hören wir mal rein. Klingt so ein bisschen, als wenn einer Hulk die Gurgel abdrücken würde. Aber so soll es nicht bleiben. Also es klingt natürlich schon gruselig, so kann man es nicht wirklich hinzumischen. Aber es gibt ja auch Formanten, die die, die den, die, ich glaube, ich blende mal ein, was die genaue Beschreibung vom Formanten ist. Und zeigt dir parallel gleichzeitig mal, was es genau ist. Also nachlesen, was Formanten sind, kannst du hier unten und ich nutze jetzt einfach mal ein Plug-in, ein kostenloses Plug-in, mit dem ich die Formanten verschieben kann. Wenn ich das jetzt auch noch erkläre und auch noch falsch mache, kriege ich hinterher wieder Schelte. Ich benutze von Melda Production benutze ich das Plug-in M-Auto-Pitch. Und wenn du dich fragst, warum ich das Plug-in nicht nehme, was bei Logic mitgeliefert ist, das klingt gruselig. Es wird sowieso schon nicht besonders gut klingen, denn wir fügen hier nur eine Textur hinzu, die die Stimme dicker macht. Aber das Plug-in von Logic klingt wirklich nicht gut. Dies ist ein kostenloses Auto-Plug, Auto-Tune-Plug-in. Da ich aber Auto-Tune ja gar nicht haben will, kann ich hier auf der linken Seite hier einfach mal die Depth und den Speed runterdrehen. Damit sollte hier kein Auto-Tune mehr stattfinden. Und falls du dich fragst, warum ich es nicht im Crispy-Tuner zeige, ja, da habe ich ja neulich ein cooles Video zu gemacht und auch ein super Plug-in. Da kann man auch Formanten mitshiften. Aber das Plug-in ist leider nicht mehr erhältlich. Da gibt es demnächst wahrscheinlich ein größeres Update an anderer Stelle. Aber das ist der Grund, warum ich den Crispy-Tuner nicht nutze. Für alle Crispy-Tuner-Nutzer geht einfach auf die Advanced-Seite und da könnt ihr dann den Formantshift nehmen. Der ist hier aber auch. Da ist der Formantshift. Und jetzt hören wir einfach mal, was passiert. Beschrieben habe ich es ja gerade schon in der Infobox, die gerade reingeblendet wurde. Und jetzt hören wir mal, was tatsächlich passiert, wenn man den Formant, die Formanten ändert. Die Stimme klingt deutlich mehr nach einer echten menschlichen Stimme. Natürlich, wir haben zwölf Halbtöne runtergepitcht. Die kann nicht perfekt und clean und sauber klingen wie eine echte tiefe Oktave, die man einsingen würde. Aber wir reden ja hier über eine Textur, die hinzugefügt werden sollte. Und dementsprechend wäre das jetzt das, mit dem ich durchaus arbeiten könnte. Also Formanten nochmal runter. Wir hören nochmal kurz so auf Null stillen, damit du den Unterschied hören kannst. Und dann stelle ich es nochmal hoch. Es ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es das mit uns war. Mit dem Formantshift also dafür gesorgt, dass unsere tiefer getunte Stimme dann doch halbwegs nach Mensch klingt. Aber wie gesagt, es geht um eine Textur. Und auch das schieben wir jetzt einfach mal sukzessive dazu und gucken mal, wie sich das mit unserer Hauptstimme verhält. Und damit wir da direkt das richtige Verhältnis kriegen, machen wir das direkt im Mix. So wie man alles natürlich eher im Zusammenhang mischen sollte. Nicht da drauf klicken, sondern starten. Los geht's. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es das mit uns war. Wird nichts, was zum Erinnern bleibt. Und auch da wieder an und aus. So gerade an der Hörgrenze und vielleicht auch nochmal mit einem Kompressor dynamisch ein bisschen im Zaum gehalten, ist das eine wunderbare Textur, mit der man seine Stimme nicht auf den Außen, aber unten drunter nochmal fetter gestalten kann. Und wenn man jetzt alle drei Effekte zusammennimmt, dann kommt wahrscheinlich das Beste von drei Welten zusammen. Das heißt, wir machen mal alle drei an und gucken mal, wie wir sie hier noch dazu mischen können. Ich mach sie mal aus alle und schieb sie jetzt mal nach Geschmack hinzu. Mal gucken, was jetzt passiert. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt und es auch niemals war. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt. Und wie gesagt, so leicht an die Hörgrenze, sodass es gerade größer wird, damit nicht auffällt, dass wir wirklich was dazu gearbeitet haben. Wunderbar. Das waren drei Tricks, mit denen du kostenlos deine Stimme größer gestalten kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst damit einigermaßen was anfangen und hoffe, dass du damit jetzt experimentieren kannst. Denn das macht den eigentlichen Trick aus. Experimentier mit deinen Stimmen, probier aus, was für dich am besten funktioniert. Tüftel mit den Stimmen, veränder sie, schieb sie dazu. Immer schön an die Hörgrenze, immer links, rechts, außen oder eben als fette Textur unten drunter, mono in die Mitte. Und du hast einen Riesenspaß, deine Stimmen größer oder vielleicht auch einfach abgefahrener klingen zu lassen. Dabei viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassu!